DAS ERSTE DATE Die Familie ist sehr wichtig für mich. Wenn mein Vater wüsste, wie sehr ich auf Sex stehe, würde ich sterben. Uh, Papas kleine Prinzessin hat eine wilde Seite. Ob wir wohl jemanden finden, der sie zähmt? Douglas ist ein Predator aus Newark, New Jersey, der stolz auf seine große Trophäensammlung ist. Sind Frauen für ihn nur Jagdobjekte? Ja, natürlich respektiere ich Frauen. Ich kannte mal eine, die hatte Riesentitten. Und das respektiere ich. Ich bin ein Gentleman. Ist jemand zu meiner süßen Respektlos, dann häute ich ihn. Ja, so nett bin ich. Sie ist ein Alien und er ist ein Predator. Wie wird ihr erstes Treffen? Wird das die große Liebe oder setzt das Hiebe? Oh, hi. Oh, hi. Du bist Susan. Ja, nett, dich kennenzulernen. Ich bin Douglas. Ja. Schönes Wetter heute, was? Ja, ja, ist, ähm, wirklich toll. Also, mit was für Jungs triffst du dich sonst? Oh, ich weiß nicht. Ich hab keinen bestimmten Typ. Aber mein Vater wird dich vielleicht nicht akzeptieren, weil ich jüdisch bin und du ein Predator, Amerikaner. Oh, er hat einen Beschützerinstinkt. Ja, total. Er hat's in sich. Also, wie wichtig ist für dich eigentlich Sex in einer Beziehung? Oh, ich weiß nicht genau. Ziemlich wichtig, glaub ich. Ich wüsste nicht, was ich ohne machen würde. Ich brauche dauernd Sex. Also, dauernd, ja. So ein heißes Part ist was Tolles, ha? Und außerdem finde ich es wunderschön, wie sich das Mondlicht auf dem Wasserspiegel und einen Chitin-Panzer zum Glänzen bringen. Oh. 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 Ist alles in Ordnung? Willst du vielleicht Brandseilbe haben? Oh. Dieses Date hatte wohl kein Happy End, was? Ob sie nochmal zusammen ausgehen? Wollen wir sie fragen, Leute? Wohl eher nicht. Bevor wir... Heiliger! Rogers! Was ist das für ein Ding? Oh mein Gott. Sag meiner Mutter, ich liebe sie. Ich sag ihr, du bist als Held gestorben. Oh. 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 Mein Rogers. Juhu. Ich bin dort. Haha. Hey, weg von dem LKW. Hier fliegt gleich alles in die Loch. Ich denke, heil! Der Mann braucht Hilfe. Das ist unsere Chance, Jungs. Tetsua. Musik